Ah, hoi! Ah, hoi! Ich bin der Jonas. Ich bin 44. Ich komme aus Bern. Ich bin Musiker und Schauspieler. Aber im Haus gibt es immer etwas zu tun. Und dann schaue ich, dass ich die richtigen Kleider anhabe. Tschüss! Oh! Oh! Bevor ich es vergesse, ich habe noch etwas zu machen. Gut, dann bin ich bereit. Darum begegne ich mich.